Aber tausend Coins sagst du jede Runde. So, Ansage, Ansage. Spunniere Freunde der Leichter und Seichter und der Atom, wir kommen zurück zu einer Folge... Get down. Get down. Mit dem lieben Zander zusammen. Was geht ab? Was geht ab? Es ist was Neues diese Woche geplant, deswegen ist das jetzt alles ein bisschen anstrengender, meine Videos, Leute. Das wird halt alles krank zusammengeschnitten, weil Zander geil ist. Das ist der neue Shit. Alter! Was war das denn gerade? Du solltest das mit dem geil jetzt nicht so wörtlich nehmen, ne? Das war halt schon ein bisschen, hab mich schon ein bisschen irritiert gerade. Zander ist geil und dann krieg ich auch einmal so einen Riechenstöhner ins Ohr gesetzt. Alles gut, alles gut, alles gut. Panik. Wenn es gut läuft, bin ich der ruhigste Mensch der Welt. Wenn es schlecht läuft, gehe ich Enrage. Nur mal so zur... Nein! Ich hör's. Da ist einer gleich fertig. Nice. Da kann man mal klatschen. Der hackt doch. Hackt doch. Hack im Titel. Tausend Klicks, Leute. Mehr täglich, stundlich, minutlich, Deutschland. Können wir mal kurz hier... Ich mag LSD eigentlich am meisten, weil da irgendwie gefühlt immer die meisten Coin-Blöcke sind, ne? Ja, und ich find die Map ist einfach schön. LSD? Ja, ich mag LSD. Mein Gott, Zander mag LSD. So, klack, zweiter Titel, Alter. 300.000 Klicks. Lass doch mal einen Daumen nach oben da jetzt, Leute. Genauso muss das gehen hier. Geht's hier mal drauf? LSD-Feld. Jump Boost. Scheiße. Ehh. Ja, hier. Hack. Huuah. Soll ich es beende? Was? Boah, Alter. Ich dachte mir jetzt so, nee. Hoo. Alla. Hi. Hei. Hey. Bruce Lee. Bruce Springsteen. Fanalen. Okay. Alter, wie sehr du immer noch so schnell bist. Es tut mir leid, das war ich, wollte sein. Wie sehr du so schnell bist. Wie wenig Coins alle haben, Alter. Ja, Mann, ich weiß, es tut mir leid. Ich wollte gar nicht. Nee, alles gut, alles gut, mach du, mach du nur, du kriegst... Oh, geht eigentlich auch ganz gut, da hat mich einer gerade ein bisschen getreten, Arschloch, fand ich ganz geil. Ja, nein, 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 oh, ich bin gestorben, nein. Mein erster Korn gehabt, diese Runde, diese Map, diese Map, diese Map. Das ist eine Regenerationsscheiße, das ist schon mal gut. Das ist eine Regenerationsscheiße. Ja, das ist neu, das ist halt scheiße, das regeneriert dich. Ich weiß nicht, was los ist, ich hab wenig geschlafen. Ja, die Wolken sind richtig kacke, weil ich... Aber LSD magst du, aber keine Wolken. Weißt du nach was er schreit? Ich hab mir nix eingefallen, ich dachte, ich bin was cooles draus... Es kam nix mehr. Man hörte das einfach so ausgesetzt, da war so ein konstanter Piepton so... Robben's da rüber! Probieren wir's einfach mal! Okay, gut... Das war ein bisschen knappig, ey. 降bar so bei mir ein bisschen die Sarah Connor raus, wenn ich nervös werde. Okay. Also ich glaube, du habst runtergefahren, ich bin mir nicht ganz sicher. Oder du hast grade eine Pediküre gekriegt, so aus Versehen. Auf einmal also. Spontan-Pediküre. Oh Gott, da ist der andere Typ. EIN! Wie viele Coins hast du? Nein, nein! Ich hab 800. Ist okay. Hast du ne Taktik? Ich hab keine Taktik. Ja, immer Vollgas. Immer Vollgas. Weißt du, wie das für mich anhört? Wie ein gutes Wochenende. Oh, Schatten ist zwei. Nice! Nice! Arschloch. Du hast ja gesagt 1000 die Runde, ne? War halt ne Ansage. Oh, ich mag die Map nicht. Das ist nicht meins. Ich auch nicht. Ich bin 1,95 Volki. Wie damals. Stripper-Name, Volki. Meinen ersten Kill. Hast du einen? Okay, nice. Ich laufe hier gerade einem nach. Oh, da macht einer diese Bogentaktik. Diese asoziale. Oh Gott, nee! Alter! Nee, 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 nee. Ich hab keinen Bock drauf. Wie krass ist das bitte? So, okay, ich hab seinen komischen Scheißbogen. Oh Gott. Oh Gott, das ist nervig. Puh! Oh, Alter. Ey, man kann so nervig sein mit diesem Bogen. Yes! Okay! Oh, das ist so ein harter Abfuck. Oh Gott, der hat auch einen! Nein, nein, nein! Aber du lebst noch, ne? Oh mein Gott, Alter! Ich hab vier Kills gemacht. Hilfe! Oh, einmal kurz. Alter. Kann der mal brennen? So. Jupp! Get some Skills! Get some! Ja, ich hab ne D-Rüstung. Du Sausack! Pisser! Mach dich kalt! Deswegen nennt man mich auch nach wie vor den besten chinesischen Let's Player. Irgendjemand lockt mich grad hier mies in ne Falle, glaub ich. Ich seh, was du vorhast. Sir Fox. Fox the Lord. Ich hab ultra viele Gold... Oh, er fickt mein Leben, Alter. Oh, fickt mein Leben. Einer, der ist richtig... Oh Gott, der ist ein... Hi. Oh, ich hab gar keine Lebenshilfe! Ich hab gar keine Lebenshilfe! Nein, nein, nein! Arschloch-Bogen. Arschloch-Bogen-Power. Ich hab keine Pfeile! Ich hab Bogen, aber keine Pfeile! Einzige Chance ist mein dummer Assi-Bogen gegen mich hier gerade. Oh Gott, das ist so nervig, Mann! Nein! Aber dieser eine Typ macht mir immer noch so unmenschlich Sorgen. Nein! Lass es doch! Äh! Das ist mein Hals dran getrunken. Alter, was geht ab, Mann? Man sieht deinen Trank immer noch. Nein! Ah, fickt mein Leben, Alter. Nein, Mann! Hammer in Dias! Oh Gott, ich schlag dich mit dem Bogen! Ah! Alter, du hast den OP-Shit jetzt überhaupt! Dieser Bogen, Mann. Ich hab Spaß. Ich hab Spaß. Guck dir den Bogen an. Das ist natürlich ganz nett, nicht so. Boah, Alter, das ist schwer! Das ist richtig gut, Mann! Boah, ich hab grad sogar ein bisschen gespuckt, so krass war das Schwert. Das war richtig übel. Reus, mach wieder deine dumme Angelscha... Ne, der hat sich die Sachen geholt jetzt. Jetzt aber! Jetzt aber! Komm! Maschine schlägt zu! Nein! Mies! Mies! Okay, das war ein bisschen zu viel. Auf jeden Fall. Das war mal wieder eine Runde von Get Down. Die sind jetzt alle zusammengeschnitten. Ein bisschen kürzer, wenn euch das gefällt. Lasst bitte mal einen Daumen nach oben. Da schaut mal beim Zander vorbei. Der ist in der Beschreibung verlinkt ganz oben. Und da haben wir auch noch was aufgenommen. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr lustig. Sehr, sehr witzig. Nicht Zander, sondern die Aufnahme. Schaut da vorbei und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao! Tschüss!